Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer neuen Folge von Moment, Flame Over Und ja, wir haben heute wieder eine Mission Und zwar Feuerlöschen Ich habe schon ein Leben verloren, wow, super Ich bin ja ein richtiger Profi, ey Ich bin ja ein richtiger Profi Und ich muss das jetzt hier mal alles schaffen Weil wenn ich das nicht schaffe, dann ist es nicht gut Okay Da ist noch, hallo Okay Und jetzt tut mir sehr leid, ich habe einfach gerade echt Probleme Mit Mit GTA 5 LSP-DFA Es fängt schon echt an Wie bei GTA 5 Äh, GTA 4 Es kommen jetzt einfach Crashes Und Das ist sowas von Ekelhaft einfach nur Deswegen Wird jetzt auch, da ich diese Woche im Urlaub bin Beziehungsweise Ab Dienstag Wird jetzt auch erstmal, glaube ich, nur noch Flame Over kommen Ähm, um 16 Uhr Und ich werde mich dann nochmal Ausgiebig da drum, äh Kümmern, wenn ich wieder da bin Aus dem schönen Urlaub Dann wird auf jeden Fall Ähm, nochmal Mal geguckt Woran es denn liegen könnte Denn im Moment Sieht es halt echt scheiße aus So Werde ich den noch eben zurückbringen Und Ja Das ist eigentlich das, was ich mal sagen wollte Doch Oh shit Und ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen Ich finde es halt auch scheiße Ich würde halt auch ganz gerne mal wieder ein bisschen zocken LSP-DFA Besteht sich Ähm, aber naja Geht halt gerade nicht Was ich sehr doof finde Aber was will man machen? Was will man machen? Na, hier nix überspringen Oh nein Die Katze ist tot Oh shit, oh shit Ich muss ganz schnell mal nachfüllen Weil sonst, äh Schaffe ich das hier nicht mehr Ganz lang Okay Na super Das Feuer ist natürlich jetzt wieder auszubereitet Aber wir können es schaffen Wir können es schaffen Okay Nachfüllen Okay Mal da rum Okay Und wir bleiben jetzt mal auf Abstand hier Wow Auf Abstand bleiben Und ich hoffe ja Also wer sich jetzt Äh Gehofft hat Dass Elite Dangerous auch mal wieder kommt Und sich denn für diese Woche leider noch nicht festgelegt Gerade steht der Plan so Dann Äh Das ist eigentlich der Ein bisschen mehr Elite Dangerous Weil Elite Dangerous Hier auf meinem Kanal Spannend wie oft Okay Oh Ich finde das Spiel ja eigentlich ganz cool Es ist halt wie so ein Dungeon Dungeon Wo muss ich da jetzt noch hin Hm, ne Moment Ach, da unten waren noch Räume Okay Dann spurte ich doch mal ganz schnell dahin Oh Nicht diese Musik ist einfach göttlich, ey Diese Musik ist einfach göttlich Okay Und ich verstehe immer noch nicht Wie man diese Ähm Diese Wasserbomben einsetzen kann Habe ich immer noch nicht verstanden richtig Okay So Hör, warte mal Was ist denn hier? Achso, okay Das ist kein richtiger Brennender Raum Dann Geh ich mal Wehr Zurück zum Exit Okay Hier ist Da ist direkt Citrix Ne, die ist weiter nach oben Alter Hört auf Hey Ich habe Dann habe ich immer Äh Dann so stelle ich immer Diese Dann muss ich noch mal Irgendwann mal Ne bessere Kau ich mir mal ein Wasserbomben Ich weiß Hallo Doch Zumindest jetzt Das macht mir jetzt wirklich sehr viel Spaß Und ich habe Oh shit Oh shit Wieder ein Herz Zwecke Okay 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 Aber ich habe nicht mehr sehr viel Zeit Jetzt hier neue Personen zu finden Komm Weiter bitte Okay Dankeschön Okay Und es kann sein Dass das Video jetzt erst einmal in 60 fps Kommt Ähm Das erste Video auf meinem Kanal In 60 fps Könnt Oh fuck Oh Scheiße Ja ich glaube das mache ich nicht mehr Ich glaube das mache ich nicht mehr Oh shit Ah Okay Elektrizität ist abgeschaltet Aber trotzdem werde ich keine Person mehr finden Die ich hier retten kann Okay Was ist denn hier Benutzen Okay Keine Ahnung was das ist Ich habe keine Ahnung was das ist Ah gut Ist vorbei Schade Hä warte mal Es geht einfach weiter oder was Moment Das verstehe ich aber gerade nicht Jetzt habe ich wieder Hä Kann es sein dass ich irgendwie ein zweites Leben habe oder sowas Ich glaube schon Ich glaube schon Aber trotzdem werde ich das nicht schaffen Jetzt nochmal Äh hier irgendjemanden Zu retten Okay Ja das werde ich ganz sicher nicht schaffen Ich versuche es aber Da ist einer aber ich werde Okay komm den schaffe ich noch Fuck Okay Einen habe ich auch verloren Noch 10 Sekunden Zeit Aber Stellt euch schon mal drauf an Dass ich jetzt verlieren werde Na Immer noch nicht Ich verstehe es nicht Ich verstehe es nicht Warum habe ich denn die ganze Zeit noch Zeit Ich könnte nochmal Nachfüllen Ich glaube einfach dass ich Total für Glück habe Okay 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 Oh shit Okay Hier ist auch nichts Hier ist auch nichts Ich brauche eine Person Da ist eine Okay Und wieder Hä Ich verstehe es nicht Weil es bringt mir jetzt die ganze Zeit nichts Wenn ich die ganze Zeit nur eine Minute bekomme Und immer noch keinen retten kann Ich meine das ist ja Doof Oh shit Okay Okay Mein letzter Versuch Aber hier ist auch keiner drin Alles andere ist glaube ich zu weit So Na Okay Die letzte Oh Das stimmt Hier war es auch noch am Brennen Habe ich gar nicht Wieder irgendwie Okay Ne Das wird nichts Das wird nichts Hä Ich verstehe es nicht mehr Ich verstehe es nicht Ich verstehe es nicht Oh fuck Nein Doll Was war denn das Da kam gerade ein Hä Da kam gerade einfach mal so ein Ne Ich möchte nachfüllen Aber ich habe schon nachgefüllt Oh Okay Oh shit Oh shit Oh shit Der ist hinter mir her Der ist hinter mir her Oh shit Hey das ist ja cool Man kann gar nicht sterben Oder was Hä Out of time Ja das nicht wirklich Hä Okay das finde ich cool Man kann gar nicht Ich muss halt mich die ganze Zeit nur Darum kümmern Dass hier der Geist Ne Nicht Äh Hier der Sensemann nicht kommt Und den irgendwie los werden Die ganze Zeit Da bin ich mal gespannt Oh fuck Da kommt er Oh fuck Oh fuck Hilfe Hilfe Der hat mich gleich Oh shit Ja ich glaube das schaffe ich nicht mehr Okay Ähm Oh fuck Nein Okay Hab verloren 4 von 16 geschafft Was natürlich nicht so schön ist Aber 11 Personen gerettet Das ging doch sogar klar Das ging doch sogar mal klar Naja Ich würde erstmal sagen Ich hoffe ihr habt Spaß Und schauen nächstes Mal wieder rein Wenn es wieder heißt Let's play Flame Over Tschüss Ich hoffe ihr habt Ich hoffe ihr habt Ich hoffe ihr habt Vielen Dank.